Guten Abend, et bonsoir. Daniel Denise, den Namen sollten Sie sich merken. Sie gilt als eine der besten Sopranistinnen im Barockfach und als eine der größten Hoffnungen der Opernwelt überhaupt. ... zur Kultur, vor den Toren von Paris und in der tiefen Provinz sind die zwei Filme entstanden, die wir Ihnen nun vorstellen. Die Dokumentarfilmer Claire Simon und Raymond de Paris. Stille, bewegende Bilder. In Frankreich und europaweit wurde heute um Punkt zwölf mit einer Schweigeminute den Opfern des Terrors in Paris gedacht. 129 Menschen kamen bei den Attacken der islamistischen Terroristen ums Leben. Mehr als 350 wurden verletzt, viele von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Aus Paris zugeschaltet ist jetzt der Nahost-Experte Antoine Basbousse. Guten Abend, Sie haben die Rede von François Hollande in Versailles mitverfolgt. Er kündigte an, den Ausnahmezustand im Land auf drei Monate verlängern zu wollen. Und auch die Verfassung in Sicherheitsfragen verändern zu wollen, sind das Ihrer Meinung nach adäquate Maßnahmen.